Musik Dann will ich mal die Kinder wecken gehen Also mich brauchst du nicht wecken, Mama, ich bin schon hellwach Wo kam das denn auf einmal her? Emma, warst du das? Ich kann dich nicht sehen Hier bin ich doch, Mama, an der Haustür, ich warte auf Hannah Heute brauchte Mama mich nicht wecken, ich bin schon total aufgeregt, weil es wieder in die Girlie-WG geht Emma, was suchst du denn hier? Wie lange hast du denn hier jetzt schon gewartet? Naja, seitdem es hell ist, so lange warte ich hier schon Ach, guten Morgen, ihr seid ja alle schon wach, hallo Hannah, da bist du ja endlich, ich weiß nicht, wie lange ich schon auf dich gewartet habe Ich muss was ganz dringendes mit dir besprechen Okay, Hannah, du gehst doch jetzt in diese Girlie-WG, ne? Und letztes Mal hast du mir keine Maus mitgebracht, kannst du mir diesmal bitte die Maus mitbringen, damit ich ein Haustür habe? Aber stopp mal ganz kurz, Emma, wenn es um Haustiere geht, dann musst du aber erstmal die Mama fragen oder den Papa, ne? Nicht eigenmächte ich hier einfach anschaffen, so ein Tier Und Emma, ich hab dir jetzt mindestens zehnmal gesagt, da war eine Tierexpertin, die hat sich um die Mäuse gekümmert Ich kann nicht eine Maus mitbringen Oh Mann, beinahe hätte Emma mich noch ewig aufgehalten Jetzt muss ich aber los, ich muss doch zur Girlie-WG Aber was ist denn hier los? Hier ist ja alles abgesperrt Äh, hey Hannah, weißt du, was los ist? Hier ist alles abgesperrt Ja, sehe ich auch gerade, aber nein, ich weiß nicht, was los ist Also, ich warte hier schon die ganze Zeit und hier ist keiner und überall sind nur diese Schilder Hm? Stopp! Und so kleine Baustellenabsperrungen, komisch Hallo? Ist da jemand drin? Hallo? Ne, ne Hannah, da ist keiner, ich bin auch schon nach hinten gelaufen, da ist auch alles abgesperrt Oh Mann, ich hoffe nicht, dass das bedeutet, dass die Girlie-WG geschlossen wird Vielleicht alles immer noch wegen der Mäuse? Hey Leute, ich bin jetzt auch da Oh, hey Martina, oh dann ist wohl Valentina rausgeflogen, schade Was ist denn los, Mädels? Warum wartet ihr eigentlich hier draußen? Naja, wir wissen auch nicht, Franzi Fröhlich ist nicht da und die komplette Villa ist abgesperrt Ich frage mich, warum die uns nicht angerufen haben oder irgendwie Bescheid gesagt haben Ich glaube, die Sendung fällt jetzt aus Das verstehe ich echt nicht, wir müssen das doch irgendwie rausfinden können, was los ist Martina, du hast recht, ich werde jetzt einfach hier reingehen Ich gehe einfach in den Absperrungen vorbei Anna, stopp, das kannst du doch nicht machen Und ob ich das kann? Hm, was ist denn hier? Also das sieht alles ganz normal aus, genau wie letztes Mal Und auch hier das andere Zimmer, da liegen die Matratzen und Mäuse sind auch nicht mehr zu sehen Hey Martina, Lilly, hier oben ist alles in Ordnung Äh, Hannah, du solltest vielleicht doch lieber runterkommen, das ist doch Einbruch Ja, ist ja gut, hier bin ich ja schon wieder Aber ich wollte es einfach rausfinden, was hier los ist Schau doch mal da hinten, da kommt doch ein Auto angefahren Oh, da sehe ich doch schon unsere Girlies Hallo Mädels Das ist doch Franzi da Genau, jetzt erfahren wir hoffentlich, was hier los ist Alle Mann einsteigen, es geht los zum Umstyling Hm, was hat die da gerade gesagt? Ich habe das gar nicht richtig verstanden So Mädels, hallo, ich hole euch ab, wir fahren heute zum Umstyling Die Girlie WG findet heute nicht in eurer WG statt Super, da kommen wir doch direkt mit Hm, und habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir werden umgestylt? Das wusste ich überhaupt nicht So Girls, sind alle Sachen hinten drin? Dann kann es ja losgehen Wir fahren in einen ganz tollen Styling-Salon und Max Klick wartet schon auf euch Der wird wieder das Ganze mit der Kamera begleiten Na, wo bleiben die denn endlich? Die Franzi wollte doch die Mädels abholen Mann, ich warte jetzt schon lange Oh Mann, ich freue mich schon so, ich werde die Mädels richtig toll umstylen Oh, ich habe schon so gute Ideen So, da wären wir Ihr könnt aussteigen Herzlich Willkommen hier im Styling-Salon Oh, die Mädels sind so toll Ich habe so schöne Ideen und die Haare Klasse! Wow, dieser Styling-Salon, der ist so groß Und hier sind überall so schöne Sachen Da drüben sind tolle Perücken Und, oh, ich glaube, dahinter hängt ein Schleier Wie für eine Braut Oh, und hier die Kleider Sind die nicht wunderschön? So, wer will denn zuerst zu mir in den Friseursalon kommen? Ich würde sagen, wir starten mit Lilly Einverstanden? Äh, ja, ich bin schon einverstanden Alles klar Oh, wir machen aus dir eine schicke junge Dame Ach, naja, da bin ich ja mal gespannt Oh, die Haare sehen schon klasse aus Oh, wunderschön Na, Lilly, wie findest du dich? Äh, okay, mit Pony Ja, ist okay Hast du das gesehen, Hanna? Lilly hat jetzt eine vollkommen neue Frisur Lilly, und hier hinter dem Vorhang wartet noch Ein ganz tolles neues Outfit für dich Hanna, ich bin echt gespannt, was die mit mir machen, wie ich dann aussehen werde Ja, ich bin auch total gespannt Hauptsache, die schneiden mir nicht die Haare ab Tada, das ist Lillys neuer Look Äh, okay Eigentlich mochte ich meine Latzhose ganz gerne Also, ich finde, du siehst richtig klasse aus Ja, finde ich auch Äh, findet ihr? Ja, wirklich Ja, auf jeden Fall, Lilly Also, so eine Veränderung ist manchmal erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig Aber ich finde, du siehst toll aus Hm, naja, ich weiß nicht, ob ich mich so recht damit anfreunden kann Ich schaue mich doch mal da drüben im Spiegel an So, dann machen wir weiter mit Martina Martina, bist du soweit? Ja, Hanna, drück mir die Daumen, dass ich keine grün gefärpte Haare bekomme Hm, und während Martina jetzt gestylt wird, werde ich mich mal hier ein bisschen umsehen Oh, dieses rote Kleid, das gefällt mir Ich hoffe, ich bekomme ein schönes neues Kleid Oh, oder vielleicht machen die mir endlich diese Extensions, die ich so gerne hätte Diese ganz langen Haare Wow, Martina, du siehst toll aus Oh, ganz genau, dein Haar glänzt wie Gold Schau dich mal da drüben im Spiegel an Oh, wo ist denn da jetzt die Veränderung? Ich finde, ich sehe genauso aus wie vorher Äh, einen Moment stehen bleiben Ich muss alles hier fotografieren, also Äh, na gut, Martina, die Haare haben sich nicht so stark verändert Aber wenn jetzt dein neues Outfit kommt, geh einfach hinter den Vorhang Hm, jetzt bin ich echt gespannt, was sie mit Martina machen Sie ist schon hinterm Vorhang Und sie kommt raus Tadaa, das ist mein neuer Look Und ich finde, ich sehe echt ganz cool aus, oder? Was meint ihr, Mädels? Ja, du siehst klasse aus Steht dir richtig gut mit der Cappy So, dann bin ich bereit für die letzte Kandidatin Hanna, kommst du? Oh, ja, ich komme Jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt Hätte ich vielleicht mal eine Extensions bekommen Oder doch, kurze Haare? So, Hanna, dann hole ich mal die Schere raus War natürlich nur ein Scherz Nein, nein, mach ich nicht So, während unsere letzte Kandidatin Hanna gerade noch gestylt wird Zeige ich Ihnen schon mal den Look Oder die Looks der anderen beiden Kandidatin Martina hat eine Pflege für die Haare bekommen Die glänzen jetzt richtig schön Und einen neuen sportlichen Look Und hier Lilly Sie hat ihre alte Latzhose In ein tolles, modernes Blumenshirt gewechselt Und die Frisur steht ihr klasse Also ich hätte echt nicht gedacht Dass ich so zufrieden sein werde Nach dem Umstyling Hätte wirklich schlimmer kommen können für mich Ja, also ich habe mich jetzt auch langsam dran gewöhnt Ich finde es jetzt doch ziemlich schön Am Ende der Show können Sie, liebe Zuschauer Natürlich abstimmen Welche Kandidatin das beste Umstyling mitgemacht hat Oh Mann, da bin ich ja erleichtert Ihr habt meine Haare überhaupt nicht abgeschnitten Sondern ich habe nur eine neue Blume in den Haaren Schön Und dann können wir mit mir mithören Wir wählen noch ein tolles neues Outfit für dich aus Hm, das rote Kleid bekomme ich wohl nicht Das hängt immer noch da hinten an der Kleiderstange Naja, mal schauen, was sie für mich ausgesucht haben Also ich bin ja total gespannt, wie Hanna aussehen wird Ich auch Sie kommt jetzt gleich da raus Und Vorhang auf für Hanna Vogel Hey Mädels Stopp, 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 einmal kurz stehen bleiben für das Foto Ach schade, jetzt neigt sich schon unsere heutige Show wieder dem Ende entgegen Dann kommt mal her Mädels Hier sehen Sie wieder unsere drei Kandidatinnen Lilly, Hanna und Martina Und sie können heute abstimmen Wer hat das tollste Umstyling mitgemacht? Wer sieht am besten aus? In dieser Woche fliegt nämlich keine Kandidatin raus Sondern die Abstimmung ist eben über das neue Outfit und die neue Frisur unserer Kandidatin Was, habe ich das richtig gehört? Keine von uns fliegt raus Wir sind also nächste Woche auch noch zu dritt Äh, Hanna, äh, was? Ich habe das nicht verstanden Ja, ganz genau Ihr drei seid in der nächsten Woche auch nochmal mit dabei Oh cool, ja Ach ja, und noch eine kleine Information Nächste Woche findet die Girlie-WG nicht am Montag statt Wegen dem Feiertag, sondern am Dienstag Also stimmen Sie fleißig ab, damit wir nächste Woche wissen Welche Kandidatin das beste Umstyling mitgemacht hat Ähm, naja, was ich von meinem neuen Outfit halten soll, weiß ich noch nicht so recht Obwohl jemand für mich abstimmt? Oh, das hat Hanna ja super mit hingekriegt Da waren gar keine Mäuse mehr Also kann ich mir das mit dem Mäusehaus hier wirklich abschminken Mmh Esonesos hier wenn ich es also Ich ver